Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung wird offenbar nicht vor das Verfassungsgericht ziehen, um ein Verbot der rechtsextremen NPD zu erreichen. Grund ist Widerstand der FDP-Minister im Kabinett. Seine Partei halte ein Verbot für den falschen Weg, erklärte FDP-Chef Rösler heute. Der Bundesrat hatte sich bereits für einen Verbotsantrag entschieden, offenbar noch, ob Regierung und Parlament mitziehen. Beim ersten Verfahren vor zehn Jahren waren noch alle drei Verfassungsorgane gemeinsam nach Karlsruhe gezogen. In zwei Tagen wird hier im Kanzleramt entschieden. Stellt die Bundesregierung einen eigenen Antrag für ein Verbot der NPD oder tut sie es nicht? Eine Antwort darauf gab es heute schon vom FDP-Chef. Der Zeitpunkt überraschend, das Signal deutlich. Für die liberalen Minister habe ich klar unsere Position benannt, wir können einem Verbotsantrag, wenn nicht, zustimmen. Auch der Bundesinnenminister und die Kanzlerin waren von Anfang an skeptisch, hatten zwischenzeitlich aber signalisiert, um einen eigenen Verbotsantrag nicht herumzukommen. Nun wird sich das Kabinett festlegen müssen und sich wohl nicht über die Position der FDP-Minister hinwegsetzen. Ich habe auch sehr frühzeitig, glaube ich, sogar hier an dieser Stelle deutlich gemacht, dass die Liberalen davon überzeugt sind, dass man Dummheit nicht verbieten kann, sondern man muss sich eben durch Bildung, Aufklärung, durch politische Maßnahmen bekämpfen. Auch der Bundesrat sagt, ein NPD-Verbot allein löse die Probleme nicht. Trotzdem haben die Länder beschlossen, nach Karlsruhe zu gehen und dabei auf breite Unterstützung gehofft. Ich bedauere diese Entscheidung, weil es gut wäre, wenn die Verfassungsorgane gemeinsam handeln und diesen Antrag stellen würden. Ob ein Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg haben wird, dafür ist es allerdings nicht wichtig, dass neben dem Bundesrat auch noch die Regierung oder der Bundestag einen Antrag stellen. Das Gesetz ist völlig klar. Es sagt, es gibt drei mögliche Antragsteller, Aber jeder dieser Antragsteller ist befugt, seinen Antrag anzubringen vor dem Bundesverfassungsgericht. Juristisch also ist es ganz gleichgültig, wie viele das sind. Auch der Bundestag hat sich bisher zu keiner klaren Position durchringen können. Vor allem die SPD drängt nun darauf. Wer die Bundesregierung jetzt kneift und keinen Antrag stellt, dann muss der Deutsche Bundestag entscheiden, ob er einen Verbotsantrag stellt. Auch wenn also keine juristischen Nachteile zu befürchten sind, die absehbare Entscheidung der Bundesregierung sendet ein politisches Signal, das von vielen durchaus kritisch gesehen wird. Denn auch wenn es gute Argumente gegen einen Verbotsantrag gibt, geschlossen nach Karlsruhe zu gehen, hätte zumindest Symbolkraft gehabt. Die FDP-Spitze beschloss heute auch das Wahlprogramm. In dem überarbeiteten Entwurf macht sich die Partei erneut für eine Steuerreform stark. Auf Kritik stießen im Vorfeld Forderungen, den Solidaritätszuschlag schrittweise abzubauen. Der Parteitag im Mai muss noch über das Programm entscheiden. Parteichef Rösler ist da. Generalsekretär Döring auch. Doch FDP-Spitzenkandidat Brüderle fehlt, obwohl doch er das Programm den Wählern nahe bringen soll. Immerhin stehe Brüderle voll hinter dem Wahlprogramm, so Döring. Folglich liegt es an Rösler zu erklären, was für die derzeit bei 5% liegende FDP Erfolg bedeutet. Erfolgreich heißt nicht nur Wiedereinzug der Freien Demokratischen Partei in den Deutschen Bundestag, sondern Fortsetzung dieser erfolgreichen Regierungskoalition. Zu diesem Erfolgserlebnis soll das 76-seitige Wahlprogramm beitragen, das sich intensiv mit dem Thema Energiewende befasst. Für die FDP gibt es jetzt schon ausreichend grünen Strom. Weitere Förderung treibe den Strompreis in die Höhe. Außerdem müsse die Stromsteuer gesenkt werden. Das Steuerthema treibt die Liberalen um wie eh und je. Wir versprechen den Deutschen, dass wir alles dafür tun werden, dass die hemmungslosen Steuererhöhungsvorschläge anderer sich in Deutschland nicht in reale Politik verwandeln lassen. Den gesetzlichen Mindestlohn lehnen die Liberalen ab. Stattdessen sollten Arbeitgeber und Gewerkschaften auch in Zukunft branchenspezifisch und regional differenziert Lohnuntergrenzen finden. Im Übrigen will die FDP ein Gesetz zum Abbau des Solidaritätszuschlags. Wenn 2019 der Solidarpakt endet, dann soll auch die Erhebung des Soli enden. Und den Weg dorthin, den muss eine künftige Mehrheit im Deutschen Bundestag beschreiben. Ihr liberales Profil will die Partei mit der Forderung nach einer vollständigen Gleichstellung von Homoin schärfen. Ziel der FDP-Wirtschaftspolitik sollen solide Haushalte in Deutschland und Europa sein. Die Regierung der Republik Zypern will das am Wochenende vereinbarte Hilfspaket nachverhandeln. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sollen Kleinsparer mit Guthaben von bis zu 20.000 Euro von der Sonderabgabe für Bankkunden befreit werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Das Parlament in Zypern hat seine Abstimmung über das Rettungspaket auf morgen verschoben. Um zu verhindern, dass Geld in großem Stil abgehoben wird, sollen die Banken bis Donnerstag weiter geschlossen bleiben. Eigentlich ist Karneval auf Zypern, doch vielen hier ist das Lachen vergangen. Schuld daran ist das an strengste Auflagen geknüpfte Hilfspaket der EU. Und das fördert Feindbilder. Zu besichtigen auch heute bei dieser Demonstration vor dem Parlamentsgebäude der Republik Zypern. Etwa 100 sind gekommen, um die Regierung dabei zu stören, eine Mehrheit für eine Zustimmung zu der 10 Milliarden EU-Hilfe zu organisieren. Denn die Regierung braucht jede Stimme. Doch bereits heute Mittag ging man auseinander. Zur Stunde werden Sondierungsgespräche geführt und erst morgen Abend soll wieder im Parlament verhandelt werden. So sind die Demonstranten sozusagen unter sich. Es geht um viel. Im Falle einer Ablehnung der EU-Hilfe stünde das infolge seines Bankenwesens hochverschuldete Zypern bereits im Mai vor einem Staatsbankrott. Bei einer Annahme müssten die Bürger bluten. Gemäß den Beschlüssen vom Samstag, von Bankguthaben bis zu 100.000 Euro würden 6,75 Prozent abgeführt werden, bei darüber hinausgehenden Einlagen 9,9 Prozent. Wir sind nicht wegen des Geldes hier. Uns geht es um Würde, um das Recht als europäische Bürger behandelt zu werden. Morgen um 18 Uhr soll das Parlament wieder zusammenkommen. Spätestens bis dahin hofft die zypriotische Regierung, Entlastungen für Kleinsparer bei der EU durchsetzen zu können. Dies auch, wenn diese weiterhin darauf besteht, dass Zypern fast 6 Milliarden Euro selbst schultert. Was die EU ihren zypriotischen Mitbürgern zumuten will, ist in der Tat beispiellos. Dies auch, weil man natürlich Verständnis dafür hat, dass z.B. deutsche Steuerzahler nicht mehr und stärker belastet werden können und sollen. Oder man Schwarzgelder nicht unbedingt öffentlich absichern muss. Aber hier in Zypern werden einfache Sparer in Haft genommen. Über die Lage in Zypern beraten am Abend auch die Euro-Finanzminister in einer Telefonkonferenz. Dazu jetzt live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause. Eigentlich wollte es Zyperns Regierung erreichen, dass Europas Steuerzahler für die kompletten Fehlspekulationen ihrer Banken aufkommen. Das aber war nicht zu haben. Wenn Europa schon bereit ist, mit 10 Milliarden Euro zu verhindern, dass die zypriotischen Banken pleite gehen und deren Kunden fast ihr ganzes Vermögen verlieren, dann sollten die wenigstens einen Beitrag leisten. Dass mit diesem Beitrag auch kleine Vermögen belastet werden, war eine Entscheidung der zypriotischen Regierung. Wenn sie das jetzt ändern will, so ist Zuhörenden, wird sie in den gerade laufenden Verhandlungen dafür offene Ohren finden, vorausgesetzt, dass es bei dem Gesamtbeitrag von knapp 6 Milliarden bleibt. Das geht dann nur mit einer deutlich höheren Belastung großer Vermögen. Insgesamt steht die Eurozone vor einem kommunikativen Desaster. Dass man Zypern helfen müsse, um Dominoeffekte in anderen Ländern zu vermeiden, hatten längst nicht alle Finanzminister geglaubt. Aber mit den Beschlüssen von Samstagmorgen ist die Sorge vor diesen Dominoeffekten erst richtig konkret geworden. Zurück zu Susanne Daubner. Auf tagesschau.de gibt es weitere Hintergründe zur Zypernhilfe. Dort beantworten wir auch zentrale Fragen zur geplanten Zwangsabgabe. In Berlin hat sich Bundeskanzlerin Merkel mit Wirtschaftsführern europäischer Konzerne getroffen. Auch EU-Kommission-Chef Barroso und Frankreichs Staatspräsident Hollande waren zu dem Meinungsaustausch ins Kanzleramt gekommen. Merkel sagte, es gehe darum, im Dialog mit der Wirtschaft zu erläutern, wie Europa noch wettbewerbsfähiger werden könne. Ziel sei ein Europa, das Wachstum und solide Finanzen habe, Arbeitsplätze schaffe und den Menschen Hoffnung gebe. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat sich den größten Auftrag seiner Unternehmensgeschichte gesichert. Die ERDS-Tochter soll der indonesischen Fluglinie Lion Air 234 Maschinen liefern für rund 18,4 Milliarden Euro. Der Vertrag wurde im Élysée-Palast in Paris unterzeichnet. Lion Air gilt als eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften Asiens. Warnstreiks bei der Bahn haben bundesweit für Zugausfälle und Verspätungen gesorgt. Mehr als 150 Züge fielen, wie hier in Duisburg, ganz oder auf Teilstrecken aus. Mehrere hundert Fern- und Nahverkehrszüge hatten Verspätungen von bis zu zwei Stunden. Die Gewerkschaft EVG fordert für die etwa 130.000 Bahnbeschäftigten 6,5 Prozent mehr Geld. Am Abend wurden die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Nach der Festnahme von vier Salafisten in Nordrhein-Westfalen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Es gebe ausreichend Anhaltspunkte, dass die Männer eine radikal-islamische terroristische Vereinigung gebildet hätten, begründete die oberste deutsche Anklagebehörde den Schritt. Die Verdächtigen sollen ein Attentat auf den Vorsitzenden der Partei pro NRW geplant haben. In einer Bonner Wohnung war Sprengstoff, eine Waffe und Munition gefunden worden. In Israel hat die neue Mitte-Rechtsregierung ihre Arbeit aufgenommen. Die Koalition stehe vor den größten Herausforderungen seit der Staatsgründung 1948, erklärte Premierminister Netanyahu mit Blick auf den Iran. Die Existenz Israels sei weiter in Gefahr. Die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern will die Regierung wieder aufnehmen. Wichtige Ministerien sind allerdings mit Politikern besetzt, die als klare Befürworter des umstrittenen Siedlungsbaus im Westjordanland gelten. Vor einer Stunde, die 33. Regierung Israels wird per Unterschrift vereidigt. Nach vielen Jahren gibt es zum ersten Mal keine ultraorthodoxe Partei mehr in der neuen Regierungskoalition des alten und neuen Premiers Netanyahu. Dass dem so ist, liegt an ihm, Yaya Lapid, der große Sieger der Wahlen. Seine Zukunftspartei ist nach Netanyahus Likud die zweitstärkste Fraktion. Die Agenda des neuen Finanzministers, die Privilegien der Ultrafrommen brechen. Bislang wurden sie vom Staat subventioniert und waren vom Militärdienst befreit. Die Mittelklasse soll nun endlich entlastet werden. Diese Forderung unterstützt auch der zweite Gewinner, Naftali Bennett, Wirtschaftsminister und Chef der Siedlerpartei Das Jüdische Heim. Auch er will die Frommen in der Armee und auf dem Arbeitsmarkt sehen. Netanyahu erklärte heute, er wolle auch den Friedensprozess voranbringen. Israel ist bereit, eine historische Wende zum endgültigen Ende des Konflikts mit den Palästinensern zu vollziehen. Die Verhandlungen mit den Palästinensern soll die neue Justizministerin Sipi Livni führen. Doch wie soll das gehen, wenn Siedlungsführer Bennett eigentlich 60 Prozent des Westjordanlands annektieren will? Die Antwort, Bennett hat nichts gegen Verhandlungen, denn er glaubt, wie Netanyahu, wie fast jeder in der Koalition, sowieso nicht an den Erfolg. Die Verhandlungen hätten also nur zwei Ziele, die Krise zu managen und die internationale Kritik an Israel zu besänftigen. Die Vereinten Nationen unternehmen einen neuen Versuch, den Waffenhandel global zu regeln. Vertreter von mehr als 190 Mitgliedstaaten beraten in den kommenden elf Tagen in New York über weltweit verbindliche Regeln. Zum Auftakt wies UN-Generalsekretär Ban darauf hin, dass jedes Jahr mehr als eine halbe Million Menschen durch Waffen getötet werden. Die Zahl der Waffenexporte ist laut einer Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri in den vergangenen fünf Jahren um 17 Prozent gestiegen. Deutschland bleibt nach den USA und Russland drittgrößter Exporteur. Bundesverteidigungsminister de Maizière ist zu einem Kurzbesuch im afrikanischen Krisenland Mali eingetroffen. Nach Gesprächen mit seinem Amtskollegen Kamara und Übergangspräsident Traoré sicherte de Maizière Mali langfristige Unterstützung zu. Die Bundeswehr werde mit Transportflugzeugen und Militärausbildern helfen, solange dies nötig sei, so der Minister. Seit Januar kämpfen französische Soldaten im Norden des Landes gegen islamistische Rebellen. Die EU hatte zur Unterstützung der malischen Soldaten eine Ausbildungsmission beschlossen. Das erste gibt es von heute an auch als App. Mit der kostenlosen Anwendung steht das gesamte Programm wie Talksendungen, Sportschau, Reportagen, Tagesschau und Tatort sowohl live als auch zeitversetzt als Video zur Verfügung. Zusätzlich gibt es Informationen zum Programm. Die App gibt es sowohl für Apple als auch für Android-Geräte. Heftiger Schneefall hat im Norden Deutschlands ein Verkehrschaos ausgelöst. Wie hier in Hamburg musste der Winterdienst bereits in den frühen Morgenstunden ausrücken, um die Straßen zu räumen. Es fielen bis zu 20 Zentimeter Schnee. Besonders betroffen war Schleswig-Holstein. Von fast allen Autobahnen wurden Staus gemeldet. Lastwagenfahrer verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Bis Mitte der Woche soll es weiter schneien. Damit lässt der Frühling also weiter auf sich warten. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 19. März. Ein Tief aus dem Alpenraum zieht nach Polen und bringt heute Nacht der Osthälfte morgen dann vor allem dem Nordosten Deutschlands teilweise kräftige Schneefälle. Auch im übrigen Land ist sonniges und warmes Frühlingswitter erstmal nicht in Sicht. In der Osthälfte gibt es heute Nacht zum Teil ergiebige Schneefälle, die für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgen können. Im Südwesten nur hier und da Regen oder Schnee. Am Tag fällt in der Nordosthälfte weiterhin Schnee Richtung Ostsee, zum Teil ergiebig. In der Südwesthälfte ein Wechsel aus Sonne und Wolken mit einigen Regen- oder Schneeschauern. Der Wind weht schwach bis mäßig im Süden und in Küstennähe frisch, an der Ostsee stark mit stürmischen Böen, dabei Schneeverwehungen. In der Nacht minus 4 Grad an der Oder bis plus 4 Grad am Oberrhein. Dort morgen bis 10 Grad, nordöstlich der Elbe 0 bis minus 2 Grad. Im Norden auch am Mittwoch noch leichte Schneefälle, sonst viele Wolken, etwas Sonne und gebietsweise Schnee oder Regen. Am Donnerstag bleibt es wechselhaft, aber am Freitag kommt die Sonne wieder häufiger zum Zuge, vor allem in der Südwesthälfte. Um 22.15 Uhr melden wir uns wieder mit den Tagesthemen. In einem Gespräch mit einem Finanzexperten geht Tom Buru der Frage nach, was die Zypern-Beschlüsse für Deutschland und die Euro-Rettung bedeuten. Außerdem berichten wir über das kleinste Bauteilchen des Universums. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.